Sommer 2004, Boston Gelb überlegt es sich doch noch einmal anders und begibt sich gemeinsam mit Jessie auf die Suche nach der Transfrau Brenda, um den Fall Hector Curran zu einem befriedigenden Ende zu bringen. Dabei geraten sie in eine gefährliche Situation. Zwischen Scarlett und Faye kriselt es immer mehr. Gales und Jesses Hochzeit rückt näher und Jessie hofft, dass seine Mutter keine Katastrophe auslösen wird. Sie ist dann aber nicht das Problem. Auch Nelson und Bellflower heiraten. Als sie gemeinsam mit Gale und Jessie auf Hochzeitsreise gehen, kommt es zu einem Zwischenfall. Sparakt missions. Und deswegen geht es hier, Gelb.